Wie der Stahl gehärtet wurde, Pavels Lehrjahre. Als Pavel Korczagin zwölf Jahre alt war, wurde er von seinem Lehrer, dem Popen Vassili, von der Schule verwiesen. Den Anlass gaben einige Krümel Tabak. Die eigentliche Ursache lag tiefer. Pavel hatte sich eines Tages mit einem Mitschüler gerauft und musste nachsitzen. Damit er nicht ohne Aufsicht bliebe, steckte ihn der Pope zu den älteren Schülern in die zweite Klasse. Dort hörte Pavel staunend, mit offenem Mund, dass die Erde schon seit vielen Millionen Jahren existiere und dass die Sterne auch so etwas wie die Erde seien. Er erinnerte sich. In der Bibel stand es ganz anders. Pavel hatte in Religion immer gute Noten bekommen. Alle Chorele, das Neue und das Alte Testament konnte er im Schlafe hersagen. Er wusste, was Gott erschaffen hatte und an welchem Tage. In der nächsten Religionsstunde meldete sich Pavel und fragte den Popen Vassili, Väterchen, warum sagt der Lehrer in der Ohrenklasse, dass die Erde schon eine Million Jahre da ist und nicht 5000, wie es in der Bibel steht? Was sprichst du da, du Halunke? So also lernst du das Wort des Herrn? Ehe Pavka sich's versah, hatte ihn der Pope bei den Ohren gepackt und ihn mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Auch bei der Mutter, Maria Jakovlevna, gab's für Pavka was Gehöriges. Von diesem Zeitpunkt an hasste Pavel den Popen aus tiefster Seele. Und als er ihm einmal bei passender Gelegenheit Machorca in den Kuchenteig gestreut hatte, fand seine Schulzeit ein jähes Ende. Pavels erste Arbeitsstelle war der Spülraum der Bahnhofsrestauration. Der Wirt hatte den Minderjährigen eingestellt, nachdem sich Maria Jakovlevna dafür verbürgt hatte, dass er nicht stehlen werde. Der Monatsverdienst betrug acht Rubel, die Arbeitszeit 24 Stunden Dienst und 24 Stunden Freizeit im Wechsel. Eine freundliche junge Geschirrwäscherin belehrte Pavel über seine Aufgaben. Du musst also frühmorgens unter diesem Kessel das Feuer machen. Und dafür sorgen, dass du immer kochendes Wasser drin hast. Holzspalten natürlich. Und auch diese Samovare gehören zu deiner Arbeit. Dann wirst du Messer und Gabeln putzen und das Spülwasser hinaustragen. An Arbeit fehlt's nicht kleiner. Wirst schon schwitzen. Und was muss ich jetzt tun? Eine ältere Geschirrwäscherin hielt ihm ein Handtuch hin. Da, greif zu. Nimm das eine Ende zwischen die Zähne. Das andere zieh straff an. Dann putz die Gabel zwischen den Zinken. Zieh sie hin und her. Und dass ja kein Stäubchen dranbleibt. Bei uns wird streng darauf geachtet. Wenn die Herrschaften Schmutz bemerken, wird man einfach davongejagt. Die Tür des Spülraums wurde aufgestoßen und drei Kellner brachten Berge schmutzigen Geschirrs herein. Einer von ihnen, ein breitschultriger, schielender Bursche, fragte. Was ist denn das für einer? Das ist ein neuer Prochoschka. Prochoschka ließ seine schwere Hand auf Pavels Schulter fallen, wobei er ihn zu den Samovaren hinstieß. Da, schau her, die müssen immer fertig sein. Aber der eine, siehst du, ist ganz ausgegangen. Und der andere dampft kaum noch. Wenn das morgen wieder vorkommt, kriegst du eins in die Fresse, klar? Und so begann Pavels Arbeitsleben. Noch nie hatte er sich derartig angestrengt wie an diesem ersten Arbeitstag. Er begriff, hier war man nicht zu Hause, wo man der Mutter auch mal nicht zu gehorchen brauchte. Unter den dickbäuchigen, vier Eimer fassenden Samovaren sprühten Funken, als Pavel sie anblies. Den Spüleimer in der Hand rannte er zum Ausguss, heizte den Wasserkessel, trocknete die feuchten Handtücher über dem heißen Samovar. Kurz, er tat alles, was ihm befohlen wurde. Der Junge ist wohl nicht richtig im Kopf. Er schuftet ja wie ein Verrückter. Der ist nicht aus dem Wohlleben zur Arbeit geschickt. Ja, das ist ein tüchtiger Bursche. So einen braucht man nicht anzutreiben. Er wird sich die Hacken bald ablaufen. In der ersten Zeit strengen sich alle so an. Pavel arbeitete nun schon das zweite Jahr im Bahnhofsrestaurant. Der allmächtige Chef, dem der wortkarge und widerspenstige Jungen nicht gefiel, hätte ihn längst fortgejagt. Aber seine unverwüstliche Arbeitskraft rettete ihn immer wieder. Arbeiten konnte Pavga mehr als alle anderen. Darin war er unermüdlich. Des Nachts herrschte drei Stunden lang in der Küche Ruhe. Diese Zeit verbrachte der Küchenjunge Klimka immer oben bei Pavel, um mit ihm in interessanten Büchern zu lesen. Als Klimka wieder einmal heraufkam, sah er Pavga vor der offenen Feuerung kauern. Setz dich her, Klimka. Was machst du denn da? Zauberst wohl vor dem Feuer? Zwei große glänzende Augen richteten sich auf Klimka. In diesen Augen las Klimka einen unausgesprochenen Kummer. Was ist mit dir heute los? Immer schon war das gleiche los, seitdem ich hier bin. Ich gehe von hier fort. Wir schuften wie die Viecher. Und zum Dank dafür versetzt dir jeder, der nur Lust dazu hat, eins in die Fresse und niemand steht dir bei. Hier geht man zugrunde. Ein Gauner sitzt auf dem anderen. Mit den Mädchen machen sie, was sie wollen. Gebt ein anständiges Mädchen nicht nach, wird sie rausgeschmissen. Und wo soll sie hin? Obdachlose, Hungernde stellen sie ein. Die bleiben schon wegen dem Brot und sind vor Hunger zu allem bereit. Schrei doch nicht so. Sonst kommt noch wer und hört's. Ja, du, Klimka, du hältst immer den Mund, wenn man nicht prügelt. Warum hältst du bloß den Mund? Wollen wir heute nicht lesen? Ich habe kein Buch. Der Bücherstand ist geschlossen. Die Gendarmen haben den Verkäufer geholt, haben irgendetwas bei ihm gefunden. Was denn? Man sagt etwas mit Politik. Was bedeutet das, Politik? Weiß der Teufel! Man sagt, wenn jemand gegen den Zahn ist, so heißt das Politik. Gibt's denn das? Solche Leute? Weiß nicht. Die Tür knarrte und die verschlafene Frosja trat in den Abwaschraum. Warum schlaft ihr nicht, Kinder? Auf eine Stunde könnt ihr noch einnicken, bis die Züge kommen. Geh, Pavka. Ich achte schon auf den Kessel. Pavel sollte die Stelle schneller loswerden, als er erwartete. An einem frostigen Januarmorgen kam seine Ablösung nicht. Der Wirt ließ Pavka nicht fort und so musste er völlig übermüdet weitere 24 Stunden arbeiten. Als er den Kessel füllen wollte, kam kein Wasser. Offenbar versagte die Pumpstation. Er ließ den Hahn offen und setzte sich auf den Holzstapel. Die Müdigkeit übermannte ihn. Er schlief ein. Dann kam das Wasser. Der Kessel füllte sich und floss über. Das Wasser sickerte unter der Tür hindurch in den Saal. Dort floss es zwischen den Gepäckstücken der Reisenden weiter. Niemand merkte etwas, bis das Wasser einen am Boden schlafenden Passagier erreichte und dieser aufsprang und zu schreien begann. Die dienstturenden Kellner stürzten in den Abwaschraum. Prochoschka warf sich auf den schlafenden Pavka. Schläge hagelten auf den Kopf des Schlaftrunkenen. Ein brennender Schmerz durchfuhr seinen ganzen Körper. Übel zugerichtet schleppte er sich nach Hause. Pavels älterer Bruder Artyom, der als Schlosser im Eisenbahndepot arbeitete, fragte den völlig Erschöpften so lange aus, bis er sich ein Bild machen konnte. Und wer hat dich geschlagen? Prochoschka. Schön. Leg dich jetzt schlafen. Artyom zog seinen Schafpelz über und ging zum Bahnhof. Kann ich den Kellner Prochoschka sprechen? Das ist er. Frosja wies auf den hereinkommenden Prochor. Warum hast du meinen Bruder Pavka geschlagen? Vergebens versuchte der Kellner, sich freizumachen. Ein furchtbarer Fausthieb traf ihn im Gesicht. Prochoschka sackte zusammen. Er wollte aufstehen. Ein zweiter Fausthieb, furchtbarer noch als der erste, warf ihn endgültig auf den Fußboden, wo Prochor mit blutig geschlagenem Gesicht lange liegen blieb. Nach sechs Tagen ließen die Gendarmen Artyom wieder frei. Er trat zu Pavel ans Bett und fragte ihn zärtlich, »Geht's besser, Brüderchen?« »Naja, hätte auch schlimmer kommen können.« »Macht nichts.« »Fängst jetzt im Elektrizitätswerk an.« »Habe dort schon von dir gesprochen.« »Wirst endlich etwas Vernünftiges lernen.« Pavel drückte mit beiden Händen heftig die riesige Hand des Bruders.« Frühjahr 1917. Wie ein Sturmwind brach in das kleine Städtchen die betäubende Nachricht, »Der Zar ist gestürzt.« Niemand wollte es glauben. Einem Eisenbahnzug entstiegen zwei Studenten mit Gewehren über den Mänteln und eine Abteilung revolutionärer Soldaten mit roten Armbinden. Sie verhafteten die Bahnhofsgendarmen, den alten Oberst und den Chef der Garnison. Jetzt endlich glaubte man es im Städtchen. Einige Tage voller Lärm, Aufregung und Begeisterung gingen vorüber. Im Gebäude der Stadtverwaltung ließen sich die Menschen wie Kien nieder. Aber bald zeugte nur noch die rote Fahne vor dem Haus von der eingetretenen Veränderung. Alles Übrige war beim Alten geblieben. Die alten Ausbeuter herrschten wie zuvor. Erst im regnerischen Monat November schien irgendetwas Ungewöhnliches vor sich zu gehen. Neue Leute tauchten auf dem Bahnhof auf, darunter viele Soldaten aus den Schützengräben. Sie führten den ungewohnten Namen Bolschewiki. Woher dieser harte, gewichtige Name kam, konnte niemand mit Bestimmtheit sagen. Ein Garde-Kavallerie-Regiment wurde ins Städtchen verlegt. Seine Offiziere waren zumeist Grafen und hatten goldene Epauletten und silberne Streifen an den Reithosen. Alles war bei ihnen noch so, als hätte es nie eine Revolution gegeben. Die Gardisten mühten sich ganz vergeblich, die von der Front zurückflutenden Truppen aufzuhalten. Die grauen, mit dem Tode wohlvertrauten Frontsoldaten verjagten sie vom Bahnhofsgelände und fuhren einfach weiter. Im Frühjahr 1918 – Pavel war nun schon seit über einem Jahr Hilfsheizer im Elektrizitätswerk – besetzte eine rote Partisanenabteilung die Stadt. Das Anrücken einer riesigen deutschen Übermacht zwang sie zum Rückzug. Die Bolschewiki beschlossen, den Matrosen Fjodor Schuchrei zur illegalen Parteiarbeit zurückzulassen und die in der Stadt gelagerten Waffen an die Bevölkerung zu verteilen. Als Pavel von der Nachtschicht kam, sah er immer mehr Leute, die ein, zwei, sogar drei Gewehre trugen. Eiligst rannte er zu seinem Freund Seryosha Brujak. Der war nicht zu Hause. Nachdem er zwei Straßen durchlaufen hatte, stieß er auf einen Jungen, der ein schweres Infanteriegewehr mit Bayonett schleppte. Woher hast du das? Gegenüber von der Schule geben Soldaten sie aus. Aber jetzt ist schon nichts mehr da. Die ganze Nacht haben sie Waffen ausgegeben. Das ist schon das Zweite, das ich erwischt habe. Der Bescheid war ein schwerer Schlag für Pafka. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er riss dem Jungen mit aller Kraft das Gewehr aus den Händen. Du hast schon eins, das reicht für dich. Dies dann nehme ich. Außer sich warf sich der Junge auf Pafka. Der sprang jedoch einen Schritt zurück und hielt ihm das Bayonett entgegen. Weg, oder du wirst aufgespießt. Der Junge heulte in ohnmächtiger Wut auf und lief schimpfend davon. Pavel aber begab sich hochbefriedigt nach Hause und wollte die Waffe eben im Schuppen verstecken, als er Adjom in die Arme lief. Der nahm ihm ohne viel Worte das Gewehr ab, packte es am Lauf und zerschlug es mit aller Kraft auf dem Zaunpfosten. Die Bruchstücke wurden weit draußen hinter dem Garten in der Steppe verstreut. Das Gewehr schloss und das Bayonett jedoch versenkte Adjom in die Abortgrube. Dann erst erklärte er, Du bist kein Kind mehr, Pafka. Du verstehst, dass Waffen kein Spielzeug sind. Ich warne dich ganz ernstlich. Schlepp sowas nicht mehr ins Haus. Die Deutschen werden, wenn sie von der Waffenausgabe hören, jedes Haus durchsuchen, findet man bei uns etwas, werde ich als Erster erschossen. Dich, Rotznase, wird keiner anrühren. Es sind jetzt hundsmiserable Zeiten. Nun komm ins Haus. Im Zimmer saß ein Unbekannter. Adjom wandte sich an Pavel. Hör zu, Pafka. Du hast mir gesagt, dass bei euch im Werk ein Monteur krank geworden ist. Erkundige dich morgen, ob sie nicht jemand einstellen wollen, der sich auf die Sache versteht. Und wenn ja, sagst du mir sofort Bescheid. Der Unbekannte, es war Fjodor Schuchrei, bekam die Stelle. Er erklärte seinem Hilfsheizer Pafka die Konstruktion eines Dynamos und lernte ihn nach bestem Vermögen an. Einmal sagte der rauhe Matrose lachend zu Pavel, deine Mutter hat mir erzählt, dass du dich gern herumschlägst. Nun, kämpfen ist gar nicht schlecht. Man muss nur wissen, wen man prügelt und wofür. Ich raufe mich nicht grundlos herum. Nur wenn es um etwas Gerechtes geht. Wenn du willst, bring ich dir bei, wie man sich richtig schlägt. Was heißt das? Richtig. Das wirst du gleich sehen. Und Pafka bekam seine erste Lektion im englischen Boxkampf. Diese Kunst fiel Pavel nicht leicht. Mehr als einmal warf ihn Schuchreis Faustschlag zu Boden. Aber der fleißige und lernbegierige Schüler hielt durch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Schon am ersten Tage der deutschen Besetzung wurde der Bevölkerung befohlen, alle Waffen binnen 24 Stunden abzuliefern. Auf Nichtbeachtung des Befehls stand Todesstrafe. Als die Deutschen die abgelieferten Gewehre zählten, fehlten 6.000. Die allgemeinen Haussuchungen verliefen fast ergebnislos. Zwei Eisenbahnarbeiter, Kollegen von Artyom, wurden wegen verbotenen Waffenbesitzes erschossen. In diesen Tagen lernte Pavel das Mädchen Tonja, die Tochter des Oberförsters, kennen. Er saß eben am Teich beim alten Steinbruch und beobachtete angespannt den zuckenden Schwimmer seiner Angel, als das Gebüsch hinter ihm raschelte. Kann man denn da Fische fangen? Pavka schaute ärgerlich auf. Das ihm unbekannte Mädchen trug eine weiße Matrosenbluse mit blau gestreiftem Kragen und einen hellgrauen kurzen Rock. Die Wadenstrümpfe mit dem bunten Band umspannten straffe, braune, gerade Beine. Das kastanienbraune Haar war in einem schweren Zopf zusammengehalten. Der Schwimmer an der Angel zuckte stärker. Da beißt einer an! Passen Sie auf! Der beißt an! Pavka kam ganz durcheinander und zog zu früh an der Angel. Statt eines Fisches zappelte nur der Wurm am Haken. Wütend warf er die Angel weiter hinaus. Sie fiel zwischen zwei Wasserrosen, gerade dorthin, wo man sie nicht hätte hinwerfen dürfen, da der Haken hängen bleiben konnte. Was schreien Sie denn so herum? Sie verscheuchen mir ja alle Fische. Die Fische sind bei Ihrem Anblick längst davon geschwommen. Wer angelt denn auch am hellen Tage? Sie sind mir ein schöner Angler. Sagen Sie, Fräulein, können Sie sich wirklich nicht woanders niederlassen? Störe ich Sie denn? Also meinetwegen, schauen Sie zu, wenn es Ihnen Spaß macht. Platz ist für uns beide genug da. Der Schwimmer lag noch neben der Wasserrose und es war ganz klar, dass sich der Haken an einer Wurzel verfangen hatte. Ist er hängen geblieben, so dachte Pavel, lässt er sich nicht einfach losreißen und die da wird mich wieder auslachen. Tonja aber ging nicht wie erhofft weg, sondern setzte sich auf der leicht schwankenden Weide bequem zurecht. Als er an ihrem Spiegelbild im Wasser erkannte, dass sie zu lesen begann, zog er vorsichtig an der Angel. Sie hing in der Tat fest. Was nun? Auf dem Wasser glaubte er zu erkennen, dass ihre Augen lachten. Da kamen über die kleine Brücke zwei Gymnasiasten. Der eine, bewaffnet mit einer guten Angel, war der Sohn des Depotleiters Sucharko. Neben ihm ging Viktor Leszczynski, der Sohn des Rechtsanwalts, ein schlanker, verzerrtelter Jüngling. Die beiden Freunde näherten sich Tonja. Sucharko nahm die Zigarette aus dem Mund und verbeugte sich geckenhaft. Guten Tag, Mademoiselle Tumanova. Angeln Sie? Nein, ich schaue beim Angeln zu. Sie können meine Angel nehmen. Ich hole rasch eine andere. Nein, wir würden nur stören. Hier wird schon geangelt. Wen stören? Ach, den dort. Na, den werde ich gleich Beine machen. Er kletterte zu dem angelnden Pafka hinunter. Zieh die Angel raus, los. Na, wird's bald. Bisschen sagte du, sonst könntest du noch was erleben. Was? Du Lumpensack. Scher dich weg! Pafka sprang auf. Er wusste, Sucharko war der Sohn des Depotleiters, dem Artyom unterstellt war. Das war der einzige Grund, der ihn von sofortiger Revanche abhielt. Sucharko stürzte vor und stieß den am Wasser stehenden Pavel mit beiden Händen gegen die Brust. Der griff mit den Händen in die Luft, schwankte, fand jedoch sein Gleichgewicht wieder. Der Stoß gegen die Brust brachte Pafka ganz außer sich. Er versetzte Sucharko einen jähen, harten Hieb mitten ins Gesicht, packte ihn an seiner schmucken Gymnasiastenuniform und stieß ihn ins Wasser. Sucharko war zwei Jahre älter als Pavel und als Raufbold und Skandalmacher weithin bekannt. Er stürzte sich auf den Kleineren. Da fielen Pafka Fjodoschuhreislehren ein. Auf das linke Bein stützen, das rechte anspannen, ein wenig beugen, nicht nur mit der Hand, sondern mit dem ganzen Körperzustoßen von unten nach oben gegen das Kinn schlagen. Sucharko heulte bei dem Kinnhaken laut auf, fuchtelte dumm mit den Händen und plumpste der Länge nach ins Wasser. Richtig so! Bravo, bravo! Das ist ja fabelhaft! Pafka zog seine Angel mit einem Ruck heraus, sodass die Schnur riss und sprang auf die Straße. Beim Weggehen hörte er, wie Viktor Leszczynski zu Tonja sagte, das ist Pavel Korczagin, der berüchtigste Raufbold der ganzen Gegend. Artyom kam eines Tages nicht nach Hause. In der Nacht machten die Deutschen bei Korczagins eine gründliche Haussuchung. Beim Weggehen befahl der Offizier der zu Tode erschrockenen Maria Jakovlevna, der Kommandantur sofort zu melden, wenn Artyom nach Hause käme. Als Pavel von der Nachtschicht heimkehrte und die Mutter ihm unter Tränen von der Fahndung berichtete, eilte er sofort ins Depot, um etwas in Erfahrung zu bringen. Im Depot wurde gestreikt. Mit vorgehaltener Waffe hatten die Deutschen Artyom und zwei Kollegen gezwungen, die Plätze des geflohenen Lokpersonals eines Militärzuges einzunehmen. Der Truppenverband sollte gegen rote Partisanen eingesetzt werden. Pavel erfuhr noch, dass der Zug in der Tat abgefahren war. Mehr konnte ihm niemand sagen. Am späten Abend kam Fjodor Schuchrei zu den Kortschagins und berichtete. Artyom und seine Genossen hatten den Posten, der sie im Führerstand der Lok bewachte, erschlagen, hatten die Lok bedienungsunfähig gemacht und waren dann vom allmählich ausrollenden Zug abgesprungen und im nahen Wald verschwunden. Schuchrei gab Maria Jakovlevna einen Zettel. Sie las. Liebe Mutter, mache dir keine Sorgen. Wir sind heil und unversehrt. Teile auch den anderen mit, dass es uns gut geht und dass sie sich nicht beunruhigen sollen. Diesen Zettel musst du vernichten. Artyom. Tonja saß in ihrem Lieblingswinkel. Hier in den tiefen verlassenen Kesseln des alten Steinbruchs hatten sich kleine Seen mit glasklarem kühlem Wasser gebildet. Unten am Ufer plätscherte es leise. Tonja schob die Zweige auseinander und sah, wie ein braungebrannter schwarzhaariger Junge zur Mitte des Sees schwamm, im Wasser Purzelbäume schlug, tauchte und sich schließlich fast bewegungslos auf den Rücken legte. So was ist doch unanständig, dachte Tonja belustigt. Sie ließ den Zweig los und vertiefte sich in ein Buch, das ihr Viktor Leszczynski geliehen hatte. Erst als ein Steinchen, das der Fuß eines Näherkommenden vom Felsen gelöst hatte, auf das Buch fiel, fuhr sie hoch und sah den gleichfalls überraschten und verlegenen Pavka vor sich stehen. An seinen feuchten Haaren erriet sie, dass er der Schwimmer gewesen war. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich komme ganz zufällig vorbei. Sie stören mich gar nicht. Wenn Sie Lust haben, können wir uns ein bisschen unterhalten. Worüber denn? Na, was stehen Sie so da? Setzen Sie sich doch. Hierher. Er wollte eigentlich davonlaufen, kam aber zögernd Ihrer Aufforderung nach. Arbeiten Sie irgendwo? Ich bin Heizer im Elektrizitätswerk. Verraten Sie mir doch, wer hat Ihnen so fabelhaft das Boxen beigebracht? Was geht Sie in meine Boxerei an? Mich interessiert das sehr, das war ja ein Schlag. Und Ihnen tat es wohl leid? Ganz im Gegenteil, Suchako hatte seine Prügel redlich verdient. Man sagt, dass Sie sich oft herumschlagen. Wer sagt das? Viktor Leszczynski. Viktor sollte lieber dankbar sein, dass er damals nichts abgekriegt hat. Ich wollte mir nicht die Hände schmutzig machen. Warum sind Sie so wütend auf ihn? Ein Herrensöhnchen. Bildet sich weiß Gott was ein. Die glauben, die können auf einen herumtrampeln, weil sie reich sind. Ich spucke auf ihren Reichtum. Wer mich anrührt, bekommt Prügel. Den kann man nur mit den Fäusten imponieren. Tonja bedauerte, dass sie Viktor erwähnt hatte und bemühte sich, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Sie fragte Pavka nach seiner Familie, seiner Arbeit und seinen Zukunftsplänen. Pavel antwortete, ohne es recht zu merken, auf die Fragen des Mädchens immer ausführlicher und genauer. Der Machorka im Teig des Popen, die nächtlichen Lesestunden mit Klimka in der Abwaschküche und das Verschwinden Adjoms erregten gleichermaßen Tonjas ehrliches Interesse. Keiner von beiden bemerkte, dass während des freundschaftlichen, angeregten Gesprächs einige Stunden vergingen. Endlich schreckte Pavka auf. Ich muss ja zur Arbeit, habe mich verquatscht und die Kessel müssen geizt werden. Ich muss auch nach Hause. Gehen wir zusammen? Nein, ich muss rennen. Da kommen Sie doch nicht mit. Warum nicht? Wollen wir mal sehen, wer schneller rennen kann? Mit mir wollen Sie es aufnehmen? Klar, also jetzt geht's los. Eins, zwei, drei. Fangen Sie mich. Wie ein Wirbelwind sauste sie davon. Ihr blaues Jackett flatterte im Winde. Pavel rannte hinter ihr her. So sehr er sich auch anstrengte, erholte sie erst am Ende des Waldweges dicht vor der Station ein. In vollem Lauf packte er sie fest an den Schultern. Gefangen Vögelchen! Lassen Sie los, das tut ja weh. Sie standen beide außer Atem mit pochendem Herzen. Und die erschöpfte Tonja schmiegte sich leicht wie zufällig an Pavel und war ihm jetzt sehr nahe. Es wehrte nur einen Augenblick, aber der prägte sich beiden tief ein. Sie trennten sich sofort. Als Abschiedsgruß seine Mütze schwenkend lief Pavel zum Kesselhaus, wo ihn der alte Maschinist wegen der Verspätung mit einem ärgerlichen Fluch empfing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Pavka lag in der prallen Sonne auf dem Dach des Wächterhäuschens, das hinter ihrem Hause in einem Winkel des Gartens stand. Eine ihm bis dahin völlig unbekannte, unbegreiflich erregende Empfindung quälte den wilden rebellischen Jungen. Tonja war die Tochter des Oberförsters, und der Oberförster war für ihn so etwas wie der Rechtsanwalt Leszczynski. Pavka war in Not und Armut aufgewachsen und hatte für alle, die nach seinen Begriffen reich waren, nichts als Feindseligkeit. So war er auch seinem neuen Gefühl gegenüber misstrauisch. Tonja war eben nicht Galina, die Tochter des Steinmetzen, eine, die einfach und selbstverständlich in seine Welt gehörte. Mit solchen Gedanken beschäftigt, überschaute Pavka, hinter den Zweigen des Kirschbaums verborgen, Hof, Garten und die Rückfront des Leszczynskischen Hauses. Er sah, wie der dort einquartierte deutsche Leutnant sein Zimmer verließ und kurz darauf mit Nelly Leszczynski am Arm durch das Gartentor auf die Straße hinausging. Auch der Bursche des Leutnants machte sich, nachdem er die Sachen seines Herrn flüchtig geordnet hatte, aus dem Staube und erschien wenig später im Pferdestall. Im Zimmer des Leutnants jedoch lag auf dem Tisch, neben einigem Riemenzeug, etwas Glänzendes. Pavka erkannte deutlich durch das weit geöffnete Parterrefenster einen Revolver. Ihm stockte der Atem. Einige Sekunden lang tobte in ihm ein schwerer Kampf. Dann rutschte er am Kirschbaum hinunter in den Leszczynskischen Garten und sprang geduckt zum Fenster. Ein zwölfschüssiger, mannlicher Revolver lag zum Greifen nahe. Pavel schaute sich nach allen Seiten um, dann beugte er sich ins Zimmer hinein, griff nach der funkelnagelneuen Waffe und steckte sie eilig in die Tasche. Erst auf dem Dach, hinter den Kirschbaumzweigen sicher versteckt, hielt er inne und stellte mit Genugtuung fest, dass ihn niemand gesehen hatte. Es gelang ihm, nach einigen weiteren Abenteuern, seine Beute unbemerkt in einem halb zerfallenen Ofen der stillgelegten Ziegelei unter einem großen Steinhaufen zu verbergen. Erst nach der Nachtschicht traute er sich wieder nach Hause. Dort hatten die Deutschen inzwischen eine gründliche, aber ergebnislose Haussuchung vorgenommen, von der Fjodor Schuchrei annahm, dass sie nochmals irgendwelchen Spuren des verschwundenen Artyom gegolten hatte. Pavel, der es besser wusste, war dicht daran, Fjodor alles zu berichten, aber die Furcht, die Waffe wieder hergeben zu müssen, verschloss ihm den Mund. Nun hatte er ein großes Geheimnis und war sehr stolz darauf. Am Nachmittag ging er in der Hoffnung, Tonja zu treffen, an ihrem Haus vorbei. Sie war im Garten und kam, als sie Pavka entdeckte, rasch zum Zaun. Endlich lassen Sie sich blicken. Kommen Sie doch herein in den Garten. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Ihr Vater würde mit Ihnen schimpfen. Wozu hast du diesen Kerl hierher gebracht, wird er sagen. Mein Vater sagt nie so etwas. Kommen Sie sofort herein, Sie können sich gleich selbst davon überzeugen. Pavel kam ihrer Aufforderung unsicher nach. Sie setzten sich an den Gartentisch. Lesen Sie gern? Sehr gern. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Giuseppe Garibaldi. Ich habe schon 68 Fortsetzungen davon gelesen. Jeden Lohntag kaufe ich mir fünf Stück. Das war ein fabelhafter Mensch, dieser Garibaldi. Wie oft musste er sich mit seinen Feinden herumschlagen und blieb doch immer Sieger. Wie viele Länder hat er durchzogen? Und immer hat er für die Armen gekämpft. Wenn er heute leben würde, ich würde mich ihm sofort anschließen. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen unsere Bibliothek. Nein, ins Haus gehe ich nicht. Haben Sie etwa Angst? Pavel schaute auf seine nackten Füße, die nicht gerade sauber waren. Ihre Mutter oder Ihr Vater werden mich hinauswerfen. Also lassen Sie endlich dieses Gerede. Los, wir gehen! Sie zeigte ihm einen riesigen Eichenschrank. Pavel erblickte einige hundert Bücher, in gleichmäßigen Reihen aufgestellt und staunte über den nie gesehenen Reichtum. Gleich werde ich für Sie ein interessantes Buch aussuchen. Und Sie versprechen mir, sich ständig bei uns Bücher zu holen. Ja? Ich habe Bücher sehr gern. Nachdem Tonja ihn ihrer Mutter vorgestellt hatte, die freundlich war und Pavel gefiel, zeigte sie ihm auch ihr Zimmer. Auf dem Waschtisch stand ein kleiner Spiegel. Tonja ließ ihn hineinschauen. Warum sehen Ihre Haare bloß so wild aus? Kämmen Sie sich denn nie und lassen Sie sie nie schneiden? Ich lasse sie immer ratzekal abschneiden, wenn sie zu lang geworden sind. Was soll man denn sonst mit Ihnen anfangen? Tonja nahm lachend ihren Kamm vom Waschtisch und kämmte ihm sein strubbeliges Haar durch. Sehen Sie, jetzt schauen Sie viel besser aus. Nur geschnitten müsste es noch werden. Sie warf einen kritischen Blick auf seine verschossene Bluse und auf seine abgenutzten Hosen, sagte jedoch nichts. Pavel bemerkte den Blick. Er begann, sich seines Aufzuges zu schämen. Beim Abschied nahm Tonja ihm das Versprechen ab, in zwei Tagen mit ihr angeln zu gehen. Pavel sprang mit einem Satz durch das Fenster in den Garten. Er wollte nicht noch einmal durch die Wohnung gehen und Tonjas Mutter begegnen. Seit Artjoms Verschwinden machte sich die Not in der Familie Kortschagin immer deutlicher bemerkbar. Pavels Lohn reichte nicht zum Leben. Maria Jakowlevna nahm sich vor, bei Leschinskis als Köchin anzufangen, aber Pavel erhob entschieden Einspruch. Im Sägewerk wurden Hilfsarbeiter zum Brettersortieren gesucht. Er nahm dort Halbtagsarbeit an und rannte abends zum Elektrizitätswerk. Nach zehn Tagen übergab er der Mutter seinen Lohn. Dabei trat er von einem Fuß auf den anderen. Weißt du, Mutter, kauf mir doch eine Satinbluse. Eine blaue, so eine, wie ich voriges Jahr hatte. Dabei geht zwar die Hälfte des Geldes drauf, aber hab keine Angst, ich werde da noch mehr verdienen. Auch für eine neue Hose. Eine ist schon alt. Natürlich, natürlich musst du eine haben. Noch heute kaufe ich den Stoff und morgen nähe ich dir die Bluse. Wirklich, du hast keine einzige anständige Bluse. Einen weiteren Rubel ließ Pavel beim Friseur. Er war ganz außerstande, dem Meister zu erklären, wie das Haar geschnitten werden sollte, aber der verstand seinen Kunden auch so. Schwitzend und erschöpft, aber gut geschnitten und frisiert, verließ Pavel nach einer halben Stunde das Geschäft. Tonja hatte sich gerade zum Spazierengehen fertig gemacht, als ihr ihre Mutter Besuch ankündigte. In der Tür stand Pavel. Tonja erkannte ihn kaum. Die neue blaue Satinbluse, neue schwarze Hosen, geputzte glänzende Stiefel und eingepflegter Haarschnitt. Der ehemals so schmuddelige Heizer erschien ihr in ganz anderem Licht. Um den überaus verlegenen Jungen nicht noch mehr zu verwirren, tat sie so, als sei die auffällige Veränderung das Normalste von der Welt und begann ihm Vorwürfe zu machen. Warum sind Sie nicht zum Angeln gekommen? So halten Sie Ihr Wort? Ich habe tagsüber im Sägewerk gearbeitet und konnte nicht kommen. Er konnte jedoch nicht sagen, dass er, um sich Bluse und Hose kaufen zu können, in diesen Tagen bis zum Umfallen gearbeitet hatte. Tonja erriet das jedoch von selbst und war glücklich. Wollen wir einen Spaziergang zum Teich machen? Sie ging durch den Garten auf den Weg hinaus. Und schon vertraute ihr Pavel wie einem besten Freund das große Geheimnis von dem gestohlenen Revolver an. Verrat mich aber nicht. Ich werde dich niemals verraten. Beide bemerkten kaum, dass sie einander geduzt hatten. Beide bemerkten kaum, dass sie einander geduzt hatten. Beide bemerkten kaum, dass sie einander geduzt hatten. Beide bemerkten kaum, dass sie einander geduzt hat. 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 Als Ende 1918 die deutschen Truppen abzogen, konnte Artyom mit seinen Genossen heimkehren und die Arbeit im Eisenbahndepot wieder aufnehmen. Im April des Aufruhrjahres 1919 überfluteten Petliura-Banden verschiedenster Richtungen und Schattierungen das Gouvernement. Ausgemachte Banditen, ehemalige Offiziere, ukrainische Sozialrevolutionäre, jeder verwegene Abenteurer, der imstande war, eine Meute Halsabschneider um sich zu scharen, erklärte sich zum Ataman, rollte die gelb-blaue Fahne der Petliura-Anhänger auf und riss die Macht an sich, wo es ihm seine Kräfte und die Lage erlaubten. Aus diesen bunt zusammengewürfelten Banden formierte der oberste Ataman Petliura seine Regimente und Divisionen. Inmitten des Morastes von Sozialrevolutionären und Kulakenmeuten standen die bolschewistischen Partisanenabteilungen im Kampf gleich ehrenen Inseln. Über das Städtchen war der Belagerungszustand verhängt worden. In einer unfreundlichen, finsteren Nacht träumte Pavel, der für einige Tage ganz allein zu Hause war, dass ein rätselhaftes, menschenunähnliches Wesen den Lauf eines Maschinengewehres auf ihn richtete und ein über das andere Mal Feuerstöße auf ihn abgab. Pavka wollte fliehen, wusste aber nicht, wohin, bis er endlich erwachte und jemand an das Fenster klopfen hörte. Wer ist da? Ich bin's für der Schuchrei. Ich möchte bei dir übernachten. Nimmst du mich auf, Brüderchen? Natürlich. Klettere gleich durchs Fenster. Schuchrei berichtete, dass die Petliura-Leute ihn überall suchten. Sie waren seiner illegalen politischen Arbeit auf die Spur gekommen. Als er nach Hause kam, standen vor dem Eingang und dem Garten Posten. So musste er sich irgendwo verbergen und war froh, Pavel allein anzutreffen. Er blieb acht Tage. Diese acht Tage waren für die weitere Entwicklung des Jungen von größter Bedeutung. Der Matrose benutzte die erzwungene Untätigkeit, um das ganze Feuer seines Zorns und seinen lodernden Hass gegen die das Gebiet terrorisierenden Gelbblauen auf den gierig lauschenden Pavel zu übertragen. Schuchrei sah in völliger Klarheit den Weg, den er zu gehen hatte. So begann Pavel zu begreifen, dass dieses ganze Knäuel verschiedener Parteien mit den wohltönenden Namen Sozialrevolutionäre, Menschewiki, polnische sozialistische Partei, dass sie alle erbitterte Feinde der Arbeitermacht waren und dass es nur eine einzige revolutionäre Partei gab, die gegen alle Ausbeuter kämpfte. Die Partei der Bolschewiki. Ja, Bruderherz, Duckmäuse und Schwächlinge kann ich nicht leiden. Jetzt ist auf der ganzen Erde ein Feuer ausgebrochen. Die Sklaven haben sich erhoben und mit dem alten Leben wird Schluss gemacht. Aber dazu braucht man tapfere Kerle, die sich nicht vor dem Kampf in einen Winkel verkriechen wie die Schaben vor dem Licht, sondern die unbarmherzig dreinschlagen. Was bist du eigentlich für einer, Fyodor? Weißt du nicht, was ich für einer bin? Ich glaube, dass du ein Bolschewik oder Kommunist bist. Das ist mal klar, Bruderherz. Wenn du das verstehst, so denke daran, dass du mit niemandem darüber sprechen darfst, wenn du nicht willst, dass man mich einen Kopf kürzer macht. Hast du begriffen? Jawohl. Der Matrose pflegte, bei Dunkelwerden die Wohnung zu verlassen und erst nachts zurückzukehren. In einer Nacht kam er nicht zurück. Nachdem Pavel ihn einen halben Tag lang vergebens bei Bekannten gesucht hatte, schlich er sich zur Ziegelei und holte den sorgfältig in Lappen eingewickelten mannlicher Revolver hervor. Dann begab er sich, die Schwere der Waffe in der Tasche spürend, zum Bahnhof. Auch dort konnte er nichts über Schuchrei in Erfahrung bringen. Betrübt und ziellos schlenderte Pavel zur Stadt zurück. Plötzlich sah er aus einer Querstraße zwei Männer kommen. Voran ging ein breitschultriger Arbeiter in einer offenen Jacke. Die Mütze hatte er tief in die Stirn gezogen. Drei Schritte hinter ihm folgte ein Petiora-Mann. Sein Bayonett berührte fast den Rücken des Verhafteten. Pavel erkannte in dem Vorangehenden sofort Schuchrei. Tausend Gedanken wirbelten ihm durch den Kopf. Sein Herz hämmerte wie wild. Was tun? Er erinnerte sich des Revolvers in der Tasche und blickte sich schnell um. Doch da kam ihm ein beunruhigender Gedanke. Der auf den Posten abgegebene Schuss konnte auch Schuchrei treffen. Zum Überlegen war keine Zeit mehr. Er warf sich auf den Posten, packte dessen Gewehr und drückte es mit ganzer Kraft zu Boden. Ein Schuss löste sich, die Kugel prallte von einem Stein ab und klatschte in den Graben. Wütend bemühte sich der Posten, Pavel das Gewehr zu entreißen. Aber der ließ nicht los, auch nicht, als er von dem kräftigen Mann mit aller Macht zu Boden geschleudert wurde. Der durch den Schuss überraschte Schuchrei war mit zwei Sprüngen an Pavels Seite. Nach einigen bleischweren Fausthieben rollte der Soldat wie ein Sack in den Graben. Pavel und Fjodor rannten ein Stück die Straße entlang, übersprangen einen Zaun und entkamen mit Mühe einer durch den Schuss alarmierten Streife. Während Schuchrei mit Hilfe von Genossen die Stadt verließ, um sich zur kämpfenden Roten Armee durchzuschlagen, ging Pavel, der sich unerkannt glaubte, stolz und zufrieden nach Hause, wobei er nicht vergaß, den Revolver wieder sorgfältig zu verstecken. In der Nacht wurde er verhaftet und nach stundenlangem Verhör brutal zusammengeschlagen, in den Keller der Kommandantur geworfen. Die Pedjura-Leute hatten kein Wort aus ihm herausbekommen. Im Keller der Kommandantur waren sie zu dritt. Ein bärtiger Greis in schäbigem Kaftan lag auf der Pritsche und streckte seine mageren Beine von sich. Man hatte ihn eingesperrt, weil aus seiner Scheune das Pferd eines bei ihm einquartierten Pedjura-Mannes verschwunden war. An der Erde hockte eine schwarzhafte ältere Frau mit schlauem Diebsäuglein und einem spitzen Kinn. Sie war eine Schnapsbrennerin und wurde wegen ihres verbotenen Gewerbes abwechselnd eingesperrt und wieder freigelassen, um für den Kommandanten Schnaps zu brennen. In einem Winkel unter dem Fenster lag halbbewusstlos Pawel Kortschagin. Später kam Christina, eine junge Bäuerin, hinzu. Ihr Bruder war beim Abzug der Roten als Partisan mitgegangen. Bei einer Razzia hatte der Kommandant das Mädchen aufmerksam gemustert und, angeblich zum Verhör, mit in die Stadt genommen. Als sie sich seinen Zudringlichkeiten widersetzte, ließ er sie in den Keller werfen und drohte ihr, wenn sie nicht nachgebe, werde er sie den Wachmannschaften überlassen. Sie saß dicht neben Pawel und weinte leise vor sich hin. Was hast du? Sie werden mich totquälen, diese verfluchten Hunde. Ich bin verloren. Sie haben die Gewalt. Flüsternd schüttete Christina ihr kummervolles Herz vor ihrem schweigenden Nachbarn aus. Der junge Körper zitterte in Angst und Verzweiflung. Seine Hand lag auf ihrer Hand. Er streichelte sie sanft. Ihr Weinen wurde schwächer. Plötzlich umfasste das Mädchen Pawel heftig und zog ihn zu sich heran. Hör zu, du Lieber. Ich bin sowieso verloren. Wenn ich da offiziere, so werden mich die anderen quälen. Nimm du mich, lieber Junge, damit dieser Hund mich nicht als Erster bekommt. Was redest du da, Christina? Aber ihre kräftigen Arme gaben ihn nicht frei. Heiße, volle Lippen, schwer ihnen zu entrinnen. Das Mädchen flüsterte schlichte, zärtliche Worte. Einen Augenblick lang existierten für Pawel nur noch zwei heiße Lippen und ein vom Weinen feuchtes Gesicht. Plötzlich dachte er an Tonja. Er hatte noch Kraft genug, sich von Christina loszureißen. Ich kann nicht, Christina. Du, du, du bist ein gutes Mädchen. Als sie abgeführt wurde, las er in ihren Augen einen stummen Vorwurf. Musik Musik Auf dem Stadtplatz, bei dem unansehnlichen Kirchlein mit dem altertümlichen Glockenturm, gingen Ereignisse vor sich, die für das Städtchen ganz ungewohnt waren. Petljura wollte höchstpersönlich eine Parade seiner Truppen abnehmen. Der für die Parade verantwortliche General schickte für alle Fälle einen Oberst in die Kommandantur, mit dem Befehl zu prüfen, ob alles sauber und aufgeräumt sei, und gegebenenfalls überflüssige Gefangene fortzujagen. Dort waren inzwischen noch zwei Häftlinge hinzugekommen. Ein völlig harmloser, schwarzhafter Friseur war von einem Offizier, den er frisiert und parfümiert hatte, eingeliefert worden, weil er in seinem Redefluss auch eine unbedachte Anspielung auf die grausamen Judenverfolgungen der Petljura-Leute gemacht hatte. Schließlich brachte man den Pavel gutbekannten Tischler Dolinik, der Schuchrei nach dessen Befreiung aus der Stadt begleitet hatte. Er war beim Verteilen von bolschewistischen Flugblättern gefasst worden und musste mit der Todesstrafe rechnen. Als der Oberst die Kommandantur erreichte, war der Kommandant gerade aus höchst unmilitärischen Gründen abwesend. Das brachte den Oberst in die richtige Inspizierlaune. Er trieb die sich unbekümmert herumwälzenden Kosaken der Wache aus ihren Betten und scheuchte sie fluchend und mit der dreischwänzigen Knute fuchtelnd so lange umher, bis leidliche Ordnung herrschte. Dann ließ er sich den Keller aufschließen und musterte die Häftlinge. Zuerst fuhr er den Greis an. Warum bist du hier? Weiß selbst nicht warum. Meine Einquartierung hat ein Pferd versoffen, aber daran bin ich doch nicht schuld. Pack deine Lumpen und mach, dass du fortkommst. Der Alte konnte einfach nicht fassen, dass er frei war und lamentierte so lange herum, bis ihn ein Knoten hieb aus dem Gefängnis vertrieb. Die Reihe war an der Schnapsbrennerin. Sie gab, begleitet von beständigen Verbeugungen an, dass sie dem Kommandeur schon vier Flaschen habe liefern müssen, ohne eine Kopeke dafür zu bekommen. Auch sie wurde hinausgeworfen und wünschte dem Pan-Offizier Gesundheit und ein langes Leben. Dolinik verstand von alledem nur, dass hier eine Obrigkeit erschienen war, die über die Verhafteten willkürlich verfügen konnte. Und weshalb bist du hier? Steh auf, wenn ich mit dir spreche, du Hund! Langsam und schwerfällig erhob sich der Tischler. Weswegen du hier bist, habe ich gefragt! Ich bin verhaftet worden, weil... weil ich abends nach acht Uhr auf der Straße war. Etwas Besseres fiel ihm in der Eile nicht ein. Seine Knie zitterten. Scher dich fort! Dolinik verschwand rasch und ließ in der Aufregung seine Jacke zurück. Nunmehr blieben noch Pavel und der Friseur, der sogleich eifrig seine Unschuld bedeuerte. Ich soll angeblich Agitation getrieben haben, aber ich weiß gar nicht... Wofür hast du agitiert? Ich habe nur gesagt, dass man unter den Juden Unterschriften für eine Bittschrift an den obersten Ataman sammelt. Was für eine Bittschrift? Eine Bittschrift für die Abschaffung der Progrome. Würden dir schon eine Bittschrift verpassen, du Judenvieh. Er bleibt eingesperrt. Ich werde ihn mir persönlich vornehmen. Und was ist mit dir? Pavel war kaum imstande, einen Gedanken zu fassen. Instinktiv folgte er Doliniks Vorbild. Ich habe mir ein Stück Leder vom Sattel geschnitten. Für Schuhsohlen. Was für ein Sattel? Von einem Kosakensattel. Und deshalb hat mich der Kosak hierher gebracht. Womit sich bloß dieser Kommandant beschäftigt. Für diesen Saustall hier bekommt er zwei Wochen Arrest. Und du, Luder, sag deinem Vater, er soll dir ordentlich die Hosen stramm ziehen. Scher dich zum Teufel. Pavel griff nach Doliniks am Boden liegender Jacke und rannte zur Tür hinaus. Er lief ziellos durch verschiedene Straßen und Gärten, kletterte über viele Zäune und hielt erst inne, als ihn die Kräfte verließen. Wo sollte er hin? Irgendwann musste sich der Irrtum herausstellen und man würde ihn überall suchen. Er taumelte weiter. Als er mit der Brust gegen einen Zaun prallte, blickte er um sich und stellte fest, dass ihn seine Beine zum Haus des Oberförsters getragen hatten. Auch viel später konnte er sich nie darüber klar werden, ob er absichtlich oder zufällig hierher gelaufen war. Im Garten stand eine Laube. Dort hinein verkroch er sich. Und dort wurde er von der maßlos erstaunten Tonja gefunden, nachdem er sich mit Mühe den ihn verbellenden Hund vom Leibe gehalten hatte. Pavluscha, du bist's. Du bist frei. Weißt du denn? Ich weiß alles. Hat man dich freigelassen? Irrtümlich freigelassen. Wahrscheinlich suchen sie mich schon. Pavluscha, lieber, lieber Pavka, ich liebe dich. Ich hörst du. Jetzt kommst du mit zu uns, zu mir. Bei uns ist es ganz ruhig. Du kannst bleiben, solange es notwendig ist. Und wenn man mich bei euch findet? Pavel, wenn du jetzt nicht zu uns kommst, wirst du mich nie mehr zu sehen kriegen. Wohin willst du denn sonst gehen? Von all dem Erlebten erschöpft und vom Hunger gequält, begierig nach ein wenig Ruhe, gab Pavel schließlich nach. Tonja sagte ihrer Mutter die ganze Wahrheit über Pavels Verhaftung und Flucht. Sie, Katharina Mikhailovna, war eine warmherzige, kluge und mutige Frau. Sie nahm den überraschenden Gast auf, der sich bald von zwei Frauen freundlich und liebevoll umsorgt fand. Tonja gelang es, Artyom zu benachrichtigen. Als er den Bruder in die Arme schloß, knackten Pavels Knochen. Bruderherz, Pafka, Brüderchen, verflucht seien die Hunde, diese Banditen, diese Teufel. Bruderherz, lass dich anschauen. Es wurde beschlossen, dass Pavel am nächsten Morgen wegfahren sollte, um sich in befreites Gebiet durchzuschlagen. Artyom wollte ihn auf der Lokomotive eines zuverlässigen Genossen verstecken. Die Nacht verbrachte Pavel auf dem Divan in Tonjas Zimmer. Keiner von beiden dachte an den Schlaf. Sollten sie sich doch in sechs Stunden trennen und vielleicht nie wiedersehen. Jugend, herrliche Jugend, die sich der Leidenschaft noch nicht bewusst ist und sie nur unklar im heftigen Pochen der Herzen spürt. Die Hand zuckt erschrocken zurück, wenn sie zufällig die Brust der Freundin streift. In seinem jungen, harten Leben war Pavel wenig Freuden begegnet. Außer seiner Mutter war niemand zärtlich zu ihm gewesen. Dieses Mädchen war das erste große Glück in seinem Leben. Ich liebe dich so, Tonja. Ich kann es dir nicht sagen. Tonja, sobald all das Durcheinander vorüber ist, werde ich bestimmt, Monteur, wenn du mich da noch haben willst. Wenn es dir wirklich ernst ist und nicht nur Spielerei, so werde ich dir ein guter Mann sein. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dich jemals kränke. Nein, er kränkte sie nie. Auch später nicht, als sie sich wieder trafen. Aber Tonja sollte ihn noch oft kränken. Der klassenbewusste Arbeiter Pavel Kortschagin widmete seine Kräfte ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile und Entbehrungen ganz der Sache der Partei, wie es Fjodor Schuchrei ihn gelehrt hatte. Die Kleinbürgerin Tonja Tumanova war lediglich bemüht, unter der Sowjetmacht einen für sie selbst vorteilhaften Platz zu finden. So mussten sich die Wege der beiden notwendig trennen. In dieser einzigartigen Nacht jedoch gibt es für Pavel und Tonja nur die Gegenwart, den Augenblick. Gibt es nur ihre Liebe? Am Morgen erwartete sie Artyom bereits ungeduldig in der Nähe der mit Holz beladenen Lokomotive. Schnell verabschiedeten sie sich voneinander. Pavel griff nach dem eisernen Geländer und schwang sich in den Führerstand. Unentwegt winkte Tonja der Lokomotive nach. Artyom musterte das Mädchen aufmerksam. Entweder bin ich ein vollendeter Esel oder bei den beiden stimmt etwas nicht. Pafka, Pafka, so also steht es mit dir. In der Ferne verhallte das Rollen des Zuges. Pafkas Lehrjahre endeten. Es sollte lange dauern, bis der Rotarmist Pavel Grotschagin seine Heimat wieder sah. Musik